Ich hätte noch einen Punkt, äh, hätte noch umpositionieren können. Solange OP-Card zu Trampolinen hat, ja, das ist richtig. Ansonsten geht sie nicht. Äh, kann ich mir jetzt schon... Äh, Windabwehr... Äh, Handwerk, Handwerk, Handwerk... Ja, könnte ich. Narkakos, ja, okay. Aber ein Punkt für... Ein Slot? Oh, wow, okay. Das ist nice. Gibt halt Schärfe minus. Ansonsten könnte ich da echt Handwerk draus machen. Okay. Katzenhelm, go, 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 oh Gott. Hallöchen, Dragon Breath Gaming. Ach, Dragon Breath Gaming. So, jetzt willkommen. Hallöchen. Äh... Narkakos, ne? Ja. Weil Handwerk hätte ich dann schon ganz gerne. Die andere Sache ist natürlich das Unversehrt. Ob das so wichtig ist? Wann ist mein Gesundheitsbalken mal komplett gefüllt? Ne, ich meine, könnte man dann halt machen. Wie viele Slots habe ich eigentlich auf der Rüstung? Das wäre keiner, keiner, zwei und keiner. Das heißt, es wären genau die zwei Slots, die ich bräuchte für... Oh! Ähm... Gute Frage. Oder halte ich... Das sieht so bescheuert aus mit dem Katzenkopf. Oh je, man könnte natürlich auch den Gildenbadenhut nehmen. Das finde ich auch ganz toll. Ja, komm. Wir werden hier mal zum Drachenkaiser. Passt schon. Ja. Ich will diesen Katzenkopf. Nixios, für dich. Aber wir werden ihn nicht ständig benutzen. Dafür habe ich meinen Lob verbraucht. Ich meine, es sieht halt schon gut aus. Wir werden nie einen gescheiten Helm haben, ne? Wir werden nie einen gescheiten Helm haben. Hallo. Ich bin der König der Katzen. Kniet nieder vor mir. Weil... Wir werden sonst nur Katzenhaben. Hahaha. Hahaha. Oh Gott. Es ist so doof. Du bist unser König, ja? Das ist schon richtig gut. Ich mag das. Ich mag das sehr. Hahaha. Hahaha. Komm erst mal mit meiner Karmesinfahrt, alles Katzenrüssi, klar. Komm erst mal hier damit, klar. Ja, okay. Die ist aber schon nice, muss man sagen. Allgemein. Die ganzen Katzenrüstung sehen eigentlich ganz cool aus. Okay. Los geht's. Hahaha. Hehehe. Fight me, bro. Hahaha. Äh, so. Wir müssen den Doppelkopf-Kadaver nochmal machen. So leid, das ist mir gut. Ich nebel die Zähne, ey, glaub. Wie sie jetzt alle aggro werden. Vor allem ist es so eine gute Idee, äh, mit drei Katzen jetzt den Nackerkost zu machen. Gut, das sind OP-Katzen. Ähm. Ich weiß, wo der Nackerkost ist. Sehr gut. Hätte ich ohne dich nie gewusst. Ah, schön. So. Muss ich hier bloß irgendwie gucken, wie das funktioniert. Ist es natürlich ärgerlich, dass eines der Monster, die man kaum angreifen kann, ähm, oder die, die ich kaum angreifen kann, die wir, dass wir die besiegen müssen für, für das Handwerk-Juwel. Das ist natürlich ein bisschen ätzend. So. Na, komm schon. Wenigstens einen Treffer. Immerhin das. Musst mir nur einen Account erstellen, weil ich mein Handy von, äh, von eine Weile geklaut wurde. Die Daten nicht mehr wusste. Okay. Ja, wie gesagt, es ist halt, es ist immer schwierig, ähm, von einem, von einem anderen Namen dann auszugehen. Ich mein, das, äh, Cesarina hat mir natürlich schon was gesagt, aber es könnte ja auch ein Zufall sein. Ich hab so eine Art Konter-Dodge. Okay. Oh ja, schön, dass, äh, dass du dann da bist. Äh, so. Ach so, das geht dann gar nicht mehr, oder? Vielleicht doch? Keine Ahnung. Was ist das für, für eine, für ein Monster? Du kennst, du kennst, du kennst Narkakos, nicht? Äh, ist so der, der Low- und High-Rank-Boss von, von Generations. Ach so, ja, ich hab nicht gegessen, das war natürlich ein bisschen doof. Fällt mir jetzt noch mal, noch mal mehr so auf. So, einfach drauf, macht ihn fertig. Los, meine Katzen-Armee. Ah, schön, der Helm, ne? Ja, war nicht so weit in Dren. Ähm, okay. Ja, ist aber auf jeden Fall ein sehr cooles Biest. Vor allem, weil er, ich sag mal, noch mal ein bisschen, äh, wenn du ihn dann im High-Rank bekämpfst, äh, kann er noch mal ein bisschen mehr. Ich sag's einfach mal so, ohne, ohne allzu viel zu spoilern. Deswegen ist er ein sehr, sehr cooles Biest. Und halt so ein, so ein Vetter-Drachen-Altester. Äh, schön, schön. Oh. Okay, der Glibber landet dort. Hab ich welche? Ich glaube nicht, ne. Toll. Das Drenks Haus hier, den hält er in seinem Keller, ja. Genau. Richtig erkannt. Na? Was alles durch die Gegend fliegt? Ja, ha, ha, ha. Jetzt kommen hier die mächtigen Belagerungsmaschinen. Ich seh schon. Ich seh schon, wie das hier mit den Katzen läuft. So, ich denke mal, auf die Köpfe wird wohl am effektivsten sein. Ich hoffe es zumindest. Ach, na, großartig. Lass mich los. Wollte noch kurz Hallo sagen. Bin aber wieder weg. Okay. Dann, vielen Dank, dass du dabei warst. Was auch immer das da ist. Und, äh, ja. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Noch, äh, eine gute Nacht. Und ich hoffe, dass man sich dann mal wieder sieht. Äh. Oh. Regenbogenglitzer. Komm, mach mal kaputt. Würde mich nicht wundern, äh, dass der in seinem Keller wohnt. Ja, auf jeden Fall. Hahaha. Gut, mein Keller ist nicht so voller Knochen. Aber ansonsten, ja, ist das schon, ist das schon, äh, irgendwo etwas, äh, realistisch. Danke. Oh, Hilfe. Ich hab auch eine riesen Höhle als Keller. Das ist meine Batcave. Ich hau hier einfach mal ein bisschen durch. Au. Ach, Mann. Äh. Eine Stolperfalle. Hab Zweifel, dass der stolpern kann. Hahaha. Mich würde es zumindest wundern, wie es da, wie das aussieht. Das war verdammt knapp. Holla. Wird man sich sicher. Ah, schön. So. Danke für die Heilung. Ich kann mich auch mal ein bisschen zwischen. Okay. Komm ins Gesicht. Nee, dann halt nicht. Wird das treffen? Yes. Na, also. Immerhin das hat getroffen. Wo prall ich da immer ab? Ist das schon sein Hauptbereich? Wahrscheinlich schon, oder? Man sieht aber gar nichts mehr. Es ist unglaublich. Oh, wow. Okay. Es gibt alles ein erstes Mal. Ja, das ist richtig. Das ging aber sehr schnell. Trampolins. Aber der geht noch bloß 20 Sekunden. Äh. Wie kann man das abbrechen? Keine Ahnung. Ich hab getreten. Nein. Okay, jetzt. Moin. Oh, es geht. Es geht. Es geht tatsächlich. Yes. Das war der Beweis. Es ging halt bloß ganz knapp. Oh, wow. Das sind viele Hüllen und Schädel. Aber brauche ich die überhaupt? Nee, ich brauche doch Panzer, oder? Oh, nö. Sag mal nicht, dass es jetzt genau das Falsche ist, von dem wir 10.000 Sachen bekommen haben. Ich glaube aber schon. Ah, da war der Beweis. Es funktioniert tatsächlich. Äh. Wo war das? Handwerk. Nee, Panzer. Ach. Davon brauchen wir auch noch drei... Ja, nee, Quatsch. Vier Stück. Oh, Gott. Das kann was werden. Aber ich will die Handwerkkatze sein. Na? Doppeljump. Sehr schön. Der Beweis ist auf jeden Fall da. Es funktioniert. So, zack. So, diesmal lasse ich mich hoffentlich nicht so sehr verprügeln. Mal sehen. Erstmal schreit einer. Aber das ist ja... Ist ja typisch. Typische Sache. Ich meine, er bekommt aber halt auch hart auf die Schnauze. Aber das Ding. Wirst du dann sehen. Okay. Ich bin gespannt. Ja. Lass mich in Frieden. Na toll. So war das natürlich nicht geplant. Nein, ich will ihn auch nicht anvisieren. Hilfe. Ach so, ZL. So, jetzt. Äh. Okay. Weiter drauf. Oh, wo ist... Ah, das war nicht das, was ich machen wollte. Ich bin viel zu spät dran. Komm schon. Ach. Das haben wir kaputt gemacht, ne? Ich glaube schon. Ich hoffe es. Da nochmal ein bisschen drauf. Das Ding kann einem ja schon leid tun, ne? Ja. Hallo. Na, Kopf. Was geht? Au. Ey. Lass das mal. Kannst du wohl aufhören, die ganze Zeit einfach bloß rauszukommen und dann wieder reinzugehen? Ist das eigentlich die Switch-Version? Ja. Ist es. Double X bekommst du ja in Europa nicht für den 3DS. Ah, gut, okay. Zumindest nochmal ein paar Schläge. Das erklärt ZL, ja. Hahaha. Das wäre ansonsten ein bisschen schwierig. Das ist schon richtig. Hahaha. Oha. Fast getroffen. Na, Kakos. Fast getroffen. Das ist schon ein cooles Gebiet auch. Wenn man sich das so nochmal näher anguckt. Trampolin. Go. Ja, gut. Ich habe die Katze getroffen. Zählt das auch? Erster. Hahaha. Oh, da liegt er im Dreck. Auf ihn. War ja einfach. Ach stimmt, das war ja jetzt. Das gab es ja nur für die Switch. Genau. Haben sie ja hier so gemacht. Verstehe ich zwar nicht ganz, aber okay. So, jetzt B. Genau. Hilfe. Oh Gott. Es sind drei. Hahaha. Oh, das ist cool. Wo bist du hin? Triple Jump. Ne. Das ist so verdammt schwierig. Schon den Doppel Jump zu bekommen ist so schwer. Hahaha. Äh, so. Hülle, Lichtschleim. Ja, wenigstens zwei Panzer. Oh, da ist auch nochmal einer. Okay, drei. Das heißt, es fehlt noch einer. Haben wir eine Nebenquest? Ne, verdammt. West in pieces. Hahaha. Ah, schön. Fehlt noch ein Panzer. Komm schon. Den kriegen wir auch noch hin. Das weiß ich. Wann benutzt man eigentlich diese Schallbombe und... Wir können mal den Einschussbinder mitnehmen, ne? Dann geht er noch schneller zu Boden. Ja, ja, ich komme ja schon. Suicide-Katze. Die sind doch alle suizidgefährdet, die Katzen. Das ist nichts Neues für mich. Fluff. Grundlegen können wir den doch eigentlich auch schon gleich zu Anfang hinlegen, oder? Oder nicht? So, jetzt einfach mal. Kann man da halt komplett ausrasten. Und ihn fertig machen. Ich glaube, das ist auch gar nicht schlecht. Ich glaube, das war es dann nämlich auch beinahe schon. So, dann hier nochmal. Ja, und dadurch wird auch das Elan relativ gut aufgeladen. Ich könnte auch mal gucken, das Elan mit dem Angriff zu machen. Ja, okay. Scheint auch ganz gut zu geben. Ja, ja, okay. Das gibt es sehr gut. Okay, ich sehe schon, wie ich es mache. Okay, du legst dich hin. Dort hinten ist es. Perfekt. Nice. Drauf. Immer weiter drauf. Wobei ich da bisher irgendwie noch nichts so Tolles draus bekommen habe. Oh Gott. Das wird so wehtun. Aber wir haben es nicht gebrochen, ne? Fiese Sache. Ich dachte zumindest, dass wir das letzte Mal gebrochen hätten. Vielleicht standen wir diesmal schlechter. Kann gut sein. Der Anschlussbinder wird jetzt wahrscheinlich im Moment nichts bringen, nicht wahr? Ich lasse es mal, bis der Körper wieder draußen ist. Kann vielleicht auch sein, dass er da so einen Cooldown hat oder sowas. Oh, Hilfe. Na, großartig. Ich hasse diesen blauen Schleim. Danke. So, wo bist du? Da hinten. Natürlich genau am falschen Punkt. Wie da die zwei Bomben kommen. Ja. Aber es hat mir gesagt, scheinbar echt nicht gereicht. Das ist ein bisschen schade. Vorher doppelt zum Zeitkatzen. Oh, kann ich? Kriege ich das? Nee. Das blockiert er gerade eben zu gut. Man kann versuchen drauf... Oh doch, das hat es gebrochen, ne? Ja, ich glaube, das ist jetzt gebrochen. Sehr schön. Sieht zumindest so aus. Ich glaube schon, dass es so war. Wie das aussieht. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Oh, nice. Ja gut, okay. Jetzt können wir auch nochmal draufhauen. Aber ich glaube, es ist gebrochen. Ich habe keine Ahnung. Sakurahip. Ist das so sinnvoll? Ist auf jeden Fall tot. Wir schaffen das irgendwie immer schneller, den zu vertreiben. Der arme Nakakos. Ich glaube, der hat langsam auch keine Lust mehr. Schön. Oh ja, ich sehe... Oh Gott. Das ist doch etwas beunruhigend, würde ich sagen. Trampolin. Schön. Diese Trampoline, ne? Ich meine, es sind aber auch coole Objekte allgemein. Okay, wir haben es. Perfekt. Nicht bloß, dass sie halt ultra witzig sind, aber du kannst damit halt wirklich was machen. Der Klang des Knochen erschreckt jeden, der ihn hört. Erstaunlich gut zu verarbeiten. Interessant. Könnte man auch gucken. Was ist denn der Nakakos-Helm? Was kann der denn? Ich muss mir auch mal eine Trampolinkatze zulegen. Es ist definitiv die beste Katze. So. Ich mache mir mein Handwerk. Das ist jetzt auf jeden Fall bei mir mal Priorität 1. Und danach... Schauen wir mal. Dann werden ja eigentlich Waffen angesagt, ne? Ah ja, ich wollte gucken, was genau die... Der Kopf vom Nakakos ist. Okay. Das sieht natürlich irgendwo auch schon nice aus. Muss man jetzt sagen. Mag ich irgendwo. Hat ein bisschen was Lichking-mäßiges, ne? Zumindest so von den Augen her. Gefällt mir. Muss ich sagen. Was kann der eigentlich allgemein? Überleben und Furore. Überleben. Fähigkeit, die deinen Angriff und deine Verteidigung jedes Mal stärkt, wenn du im Kampf fällst. Ja, eigentlich will ich das ja nicht, ne? Furore Fähigkeit, die den Angriff steigert, wenn der Gesundheitsbalken im roten Bereich ist. Okay. Näh. Näh. Äh... Das sieht... Toad Edge 5 Me. Achso. Toad Edge 5 Me. Jetzt verstehe ich. Wow, du grad... So, der sieht aus wie der Lichking. Und ich bin grad in ICC. Sehr schön. Zufall? Hm. Vielleicht... Vielleicht doch nicht. Lass mich... Alles gut. Alles gut. Ich hab's bloß zuerst nicht verstanden. Ich bin auch müde. Ich mein, das sieht natürlich auch krass aus, ne? Dieser Katzenkopf. Mit dem Katzenkopf kommt einfach alles gut. Ja, aber die Fähigkeiten sind halt nix. Wenn, dann würde ich den bloß fürs Aussehen nehmen. Ich mein, wir haben schon unseren Drachenkaiser hier. Vielleicht mach ich mir den Shell-Kopf auch. Nicht die Kappe machen. Jaja, ich weiß. Wobei, die Kappe find ich auch cool. Die ist halt... Die Kappe ist halt schon nice. Ähm. Naja, wenn dann... Wenn dann den Shell... Ich glaub, ich wechsle das einfach ab. Ja. So. Was habt ihr jetzt davon? Ich hab jetzt aber drei Masken für meinen Dings. Nicht so wie beim Bulldrom-Kopf, ja. Ja, das war nicht ganz so. Warte, ich hab... Welche hab ich mir hier gemacht? Okay, nee, ich hab die Haube. Okay, gut. Passt. Und hier hab ich den Erzhelm. Okay, perfekt. Free Edge war auf mir hier. So passt's jetzt besser. So, Waffen. Oder so. Nee, halt. Handwerk. Meine Güte. Er bringt mich komplett durcheinander. Handwerk. Wo ist es? Da. Perfekt. Was? Nein! Ich hab doch genügend. Hab ich nicht? Ich hab mir die Kappe gemacht. Ich bin ein Idiot. Nein! Das war jetzt echt nicht so schlau. Ah, dammit. Dann machen wir nochmal den Arca-Caust. Ach. Da muss ich jetzt aber auch die Kappe aufziehen. Ansonsten. Ansonsten ist es ja nur traurig. Du Dampf vor mir. Ja. Auf jeden Fall. Ah. Natürlich. Wie konnte ich daran nicht denken? Dragon auch Sleepy. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Da. Komm. Machen wir ein bisschen Lich-King-Action. Frostmord und Hungers und sowas. Den Helm. Nicht Kappe. Bei mir ist es jetzt eine Kappe. Euer Katzenkönig ist tot. Du behältst diesen Katzenkopf bitte. Wie gesagt, ich wechsle immer wieder ab. Diese ganzen Katzen hier einfach. Ah, schön. Nagagos-Klappe, die Träufte. Ich fasse es nicht. Aber wie gesagt, wenn dann Sonntag, muss ich auch mal schauen. Und wenn, dann machen wir vielleicht auch irgendwie was. Irgendwas anderes. Keine Ahnung. Mal sehen. Weil, man muss ja sagen, wir haben ja doch noch einige andere Projekte auch. Die eigentlich noch so am Laufen sind. Vielleicht machen wir am Sonntag ein bisschen Assassin's Creed oder so. Da sollte es ja auch mal vorangehen. Oder. World. Keine Ahnung. Smash bitte. Können wir auch. Aber Smash würde ich fast nächste Woche dann wieder machen. Keine Ahnung. Oder vielleicht. Keine Ahnung. Wenn ihr am Sonntag Smash... Wie gesagt, ich weiß selber nicht mal, ob genau. Wenn, wie gesagt, dann können wir auch Smash machen. Wird ja auf jeden Fall, also es wird ja auf jeden Fall noch, äh, noch einiges in Smash kommen. Vor allem nachdem die Resonanz ja so gut war. Ich schätze mal, das ist ein allgemeines Nein. Achso, von den Dings. Ja. Ich denke auch. Musste selber nach Streamern gucken. Nach Pokémon Streamern. Smash... Oh, Dauntless. Richtig. Müssen wir auch wieder machen. Das ist wahr. Auch schon ewig nicht mehr gemacht. Ja, wie gesagt, schauen wir mal. Ich will ja jetzt, wie gesagt... Okay, das war jetzt gebrochen. Ich will ja jetzt doch wieder alle Projekte am Laufen halten. Oxygen. Vor allem Oxygen wäre ganz gut, wenn man es ein bisschen länger machen würde. Aber wie gesagt, ich weiß gerade noch nicht mal 100% ob wirklich ein Stream kommt. Das ist halt so das. Das kann ich gerade noch nicht genau sagen. Vielleicht werde ich mich da auch mehr auf Videos konzentrieren. Die mal wieder voranzubringen. Den Discord-Server vielleicht mal ein bisschen voranzubringen. Vielleicht sowas. Wir werden sehen. Das 5000-Abo-Special muss ich auch noch machen. Das sind halt alles solche Sachen. Deswegen... Ja, mal gucken. Mal gucken. Okay. Ich dachte schon, es könnte gefährlich werden. Na. Ich bin schon relativ schnell unterwegs mit einer Bombe. Nur nicht arg lange. So. Special Hype, Hype, Hype. Das ominöse Discord-Server. Ja. Dass der vielleicht auch mal nicht ominös bleibt. Das wird einfach mal ein 5000-Abo-Special. Dass ich einen Discord-Server mache. Ist das fair? Okay. Da legt er sich erstmal hin. Sehr schön. Sakura-Heap. Ach, ich kann tatsächlich sogar eine weiße Schärfe bekommen. Sie wird halt dann bloß direkt von der blauen Schärfe übertrumpft. Okay. Perfekte Fortbewegung, ja. Zusatz cut to take two. Ah, schön. Bekomme ich da einen eigenen Rang? Wir werden sehen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich meine, erstmal muss er stehen, bevor wir uns über eigene Ränge und sowas unterhalten können. Das sollte, glaube ich, mal die erste Priorität sein. Und dann können wir das immer noch abklären. Was von der Rang willst du denn überhaupt? Oh, ich wurde da irgendwie herangeschoben. Schwupp. Yes. Ah, ein bisschen zu weit weg. Schade, aber da war es schon wieder. Es funktioniert. Wie gesagt, der ist ein bisschen zu weit weg, aber der andere hat gerade so gepasst. Ja. Der geht. Ich war... Ich war es nicht. Ich habe nichts umgestellt, ja. Kein Panzer... Okay, doch. Ich wollte gerade schon sagen, kein Panzer. Aber wir haben einen bekommen. Glück gehabt. Glück gehabt. Okay, schön. Damit ist Narkakos erledigt. Wir machen uns unsere zwei Handwerkjuwele und damit haben wir dann das fertig. Und... Da müssen wir schauen, was wir danach noch machen. Ich kann das ungefähr abmessen. Wir haben jetzt die perfekte Trampolin-Maßeinheit. Passt doch zu mir, oder nicht? Ja, doch, das passt sehr gut zu dir. Manche Leute würden vielleicht sagen, viel zu gut. Yes. Sehr schön. So, an die Hüfte, genau. Nice. Wir haben Handwerk. Das ist natürlich schon nice. Es bringt mir halt gar nichts. Oh, doch. Wir haben minimal grün, ne? So ein... So ein... Mikrometer. Ich glaube schon. Misu! Raid mit einer Gruppe von acht Personen. Dankeschön. Hallöche, Misu! Und alle anderen Leute von Misu. Willkommen! Willkommen zu einem nicht zu professionellen Stream. Rang für Discord. Vielen, vielen Dank. Wieso kam da eigentlich nichts? Habe ich keinen Raid? Raid-Alarm? Ich glaube nicht. Ah, schön. Hallöchen. Willkommen. Mit einer englischen Gruppe von acht Leuten. Ja gut. Okay. Der Support ist da. Ah, wunderbar. Dann fallen die englisch-sprachende Leute von Misu. Willkommen zu dem Stream. Es ist ein deutscher Stream. Aber fühle dich frei, zu bleiben. Die meisten der Leute können verstehen und sprechen englisch. Können wir sich für dein Trampolin interessieren? Naja, das müssen wir denen jetzt präsentieren. Wir haben was gefunden. Äh, was machen wir denn jetzt? Waffe. I speak German. Yes. Sehr schön. Wenigstens einer davon. Schön. Äh, willkommen. Na, wie war dein Stream, Misu? Alles gut. Dann let you like Pizza. Äh, was von der Waffe will ich denn jetzt eigentlich haben? Doppelkling? Ich spüre mal zuerst Doppelklingen. Nicht Waffen, auf eine Sammelquest. Naja. Wir können ja beides kombinieren, oder? Wo sind... Da kommt die... Da kommt die Dings. Will keine Mie klingen. Gibt's ja eigentlich keine. Die muss ich mir dann wahrscheinlich erst machen, ne? Keine Ahnung, wie das geht. Dragon aber der Dreifach. Wundervoll. Ja, sehr schön. Der Dreifach-Trampolinsprung. Ja, gut, okay. Dann machen wir halt eine Sammelquest. Äh... Wir machen... Können eine Erntetour machen. Gibt's irgendeine Dings? Äh, Königs-Dutroff. Irgendeine Sammelquest, die ich... Ne. Man kann sagen, die ich machen muss für... Für irgendwelche Dörfler oder sowas. Weißt du, wenn dann... Dann machen wir natürlich... Die... Die Kohle nochmal. So. Ach, ihr habt's schon? Oh. Ich darf... Ich hab irgendwie gar nichts mehr gesehen. Okay. Oder Erntetor... Erntetor-Ansteppe. Auch okay. Ah, Kerin-Doppelkling. Okay. So, auf geht's. Wir müssen euch was präsentieren. Ist das lustig, was essen zu gehen? Gibt's heute Tintenfisch bei dir? Jetzt erstmal alle einen Punkt holen. Einen Punkt holen? Wie, was? Punkt holen? Ach so. In der Hinsicht Punkt holen. Ja, ja. Ich verstehe. Ich geh mal in den Tatzenpass. So, wir haben schnellstens eine Unterstützung aufbauen. Ja, ja. Ja. Wie geht das? Die armen Abtonoff platt machen. Ich sehe schon. Gut. Ich sollte eigentlich keine hauen, ne? Ich folge euch einfach nur. Wie lange halten diese Trampoline eigentlich? Also können wir das öfters machen? Ihr seid so schnell. Bleibt doch stehen. Ah ja, ich habe jetzt tatsächlich grüne Schärfe. Das ist nice. Wenn ich da meine Waffe nochmal ein bisschen aufwerte, dann... Dann kann das schon ziemlich gut werden. Okay. Wo wollt ihr hin? Na, großartig. Jetzt habt ihr irgendwas Großes gefunden. Was ist das überhaupt? Ach Gott. Was ist das? Highrank? Ja, natürlich. Es ist Ahnensteppe. Natürlich ist es Highrank. Hat ein Katzen nicht unendlich viel Ausdauer? Ja, doch. Da ist das Problem dran. Ist aber so ein schöner Anblick, wenn drei Katzen komplett ausrasten. Und so ein Monster fertig machen. Ich bin ja bloß mal am Rande beteiligt. Ich meine, ich kann eh nichts gegen das Ding ausrichten. Ich habe eine viel zu schlechte Waffe dafür. Hab zwei. Okay. Erstmal töten. Wieso? Ist doch noch nicht alles weg von damals. Was macht man jetzt? Kecher. Kennen wir das Ding jetzt echt? Wieso? Ich dachte, ihr hättet alle schon einen Punkt. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, jetzt den Kecher Wacher zu töten. Okay. Er schläft sowieso. Interessant. Wir hatten eine Einschläferungswaffe dabei. Es ist erstaunlich, dass die funktioniert hat. Ich sag, wieso wir jetzt den Kecher Wacher töten? Verstehe ich nicht ganz. Das ist so. Los, komm alle zu den Trampolinen. Und jetzt erstmal Kecher Wacher töten. Okay. Dann machen wir das halt. Oder ich sterbe. Oh nein, die Belohnung ist im Vierzenni gesunken. Wie konnte sie nur? Na, dann mache ich mich wieder auf den Weg. Vierzenni? Ja, vier Zenni. Es ist ne... Es ist ne Dings. Es ist ne... Ne Sammelquest. Also so ne... Wie heißt denn das? Erntetour. Rest in pieces. Die zahlst du zurück. Die gerade Fläche, da hinten. Was sind schon vier Zenni? Die vier Zenni werden dir fehlen. Das wäre... Das wäre sehr erstaunlich, wenn das mal passieren würde. Würde mich nicht überraschen. Aber wäre sehr unglaublich. Und außerdem hätte ich sicherlich einige Sachen, die ich zurückzahlen könnte. So. Du willst, dass ich vier Zenni zurückzahle? Hier. Da. Ich gebe diese... Diesem Gebiet... Die Sachen zurück. Wieso gehen wir... Auf den Berg hoch? Das funktioniert auf jeden Fall von der Reichweite her, ja. Jetzt wollen wir doch einen dritten Sprung machen, oder? Gibt es überhaupt... Man springt irgendwie gar nicht so weit. Mit dem zweiten Mal, oder? Das war irgendwie nicht der richtige. Oh doch. Oh doch. Das geht. Das geht. Wie soll ich mein Brot ernähren und Kinder kaufen? Ich weiß es nicht. Sammle deine eigenen vier Zenni. Du hättest es auch leichter machen können, ne? Hast du es hinbekommen? Ah, guck mal. Das soll jetzt sehr viel einfacher gehen. Oh. Okay. Hat funktioniert. Das ist halt hier zu hoch. Das war das Einzige, was wir ausprobieren mussten. Man kann tatsächlich einen Dreifachsprung machen. Ah, schön. Nein! Ah, verdammt. Okay. Wir haben es bewiesen, was zu beweisen war. Quality Content, ja. Ich beende diese ganze Sache. Ich bin heute um sechs aufgestanden. Ich bin so müde. Ja, ich bin nicht arg viel später aufgestanden. Geht auch bestimmt ein Vierfachsprung. Ich mein, grundlegend schon, ja. Das ist jetzt, jetzt reißt der einfach bloß... Macht Vierfach, oder können nur Jäger sprengen. Naja, Vierfach geht ja nicht, weil du bloß einen Dings gleichzeitig packen kannst. Also, ja, grundlegend, wenn ich ne Dings hätte... Äh, wenn ich ne Trampolinkatze hätte, dann können wir auch ein Vierfach machen. Aber ich hab noch keine Trampolinkatze. Das ist das. Wir haben das bloß entdeckt, weil... Weil die guten Mitjäger mal ne Trampolinkatze dabei hatten. Ah, schön. Vank ist nur stur, er will keine Katze spielen. Du siehst doch, was dabei rauskommt, wenn mehrere Katzen zusammen sind. Ich muss sie doch irgendwie unter Kontrolle halten. Ich kann doch da auch nicht mitmachen. Ah, schön. Wir bekommen einen Wurm als Belohnung. Kecherwacherzeug. Was ich mir schon immer gewünscht hab. So. Jetzt machen wir aber noch ein bisschen... Bisschen Waffenform. Ich weiß nicht, Kirin? Hm.